Und da beim Trockentraining sieht man gleich, dass das Ganze, also er tut nur greifen und dann, und dann, das heißt, es wird schon chromatisch, die Chromatik wird eingespeichert und der dritte ist schon voll im Betrieb. Der braucht eh so lang, bis er gut funktioniert. Und das ist alles ohne Noten.